Nee, kann sie nicht. Die fallen gehen jetzt so schnell. Tipis, 8-2. Wir sind Team Pink. Wir müssen... Scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Wer gradieren soll, wir sind Team Pink, ey! Oh, Junge, ich hab schon... PvP, aaaa! Nein, ey, lass meine alten Thumbnails, die waren nämlich schön. Ich mach neue. Komm, bad was. Oder mal schauen. Sexy Hexy HD. Sexy Hexy. Eins, zwei und drei. Jo, Leute, was geht ab und willkommen zu Minecraft Bad Wars. Lol, wir standen nebeneinander. Und das erste Mal wieder auf einer Bad Wars Map. Hippie, zippie, hippie, zippie. Lang ist kein Bad Wars mehr gekommen. Und... Ja, dann könnten wir, wir machen mal wieder Chatwurst. Ja. Und meine... Minecraft sonst muss ich ein bisschen einstellen. Aber... Es passt alles. Wir zocken hier grad. Zweifels, 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 zweifels. Ähm... So. Ja, bei uns läuft auf jeden Fall. Ich baue schon mein Bett zu. Das ist... Wichtig. Weil da haben wir wirklich... So, Spitzhacke kaufen. Falls wir gerusht werden, weißt? Ja, ja. Passt schon. Ich glaube, ich hab zu wenig Blöcke. Sie bauen schon sich zu uns. Mani, komm zurück. Lass Gold, lass Gold. Also Blau Zerstörer als erstes. Türkis, komm. Da liegt Eisen. Da. Ja, jetzt guckt es, gell? Ich hab schon Rüstung. Alter, wie laut! Ja, pass auf, sie kommen. Sie haben mich verarscht. Jetzt raschen wir, Digga. Go down. Go down. Go down. Ob... Fair! Boom! So. Meine Kills! Wir sind mal wieder Team Pink. So. Also Blau ist, glaub, auf Camp-Phase. Aber wenn sie kein Gold haben, haben wir sowieso gewonnen. So. Einer hat Gold. Von Team Blau nicht. Ja, aber einer hat Gold. Und dessen wir? Nein. Schon! Ja, jetzt, jetzt. Ja. Wow. Ähm. Ich komm gleich mit dir. Mit Essen, bitte. Ja. Wieso geh ich eigentlich immer ohne Essen in die Mitte? Das ist echt komisch. So. Ich geh mal in die Mitte. Und dann kauf, kauf mal, ähm, wie heißt es? Ähm. Endergest. Ja, Endergest. Ja, Endergest. Stimmt. Nimm mit dir. Ich geh mal zum OP. Ich bin schon das beste Kripp, außer halt Eisenschwert und so. Aber, irgendwer versucht mich abzuknallen. Und zwar, das ist Team... Fragezeichen. Team Gelb, glaub ich. So. Okay, ich komm und seit Endergest. Gut. Es ist so wieder da unten. Arschloch! Hahaha. Ohne Scheiß. So ne Missgeburt. Soll sich vergraben gehen. Hahaha. Hahaha. Ah, ey ohne Scheiß. Scheiße. So ein Drecksack. Immer muss er mich erwischen. Immer mich. Wie wenn ich so ne Zielscheibe wär. Ja, oh, ist doch so. Ich bin durch mit 8 Gold. Ja, schön. Kaufsach, mich erwischt er dann wieder. Meine Fresse, Alter. Kauf nochmal ne Endergest, gell? Ja, hau rein. So. Wer knallt mich hier jetzt ab? Scheiß gelb ohne Witz, ey. Sie ist da unten. Machs rein. So. Wie viel Gold haben wir? 4. Gut, ich hab 8. Was geht mit blau? Warum? Schau mal da hin. Naja, es könnte eine heftige Runde werden. Eine heftige lange Runde, aber egal. Ja, nur Scheiß drauf. Leg mal Gold in die Mitte. In die Mitte, okay. Handy chest, Junge. Leg mir mal an Eisenschwert rein und, ähm, ne Eisenspitzhacke. Wenn wir dann rasche schnell, ähm, Team Dings Dings Dings. Was? Gelb, meine ich. Nein, das reicht nur für nen Bogen. Nein. Doch. Ich will Eisenschwert. Nur Eisenschwert. Und ein Spitzhacke Eisen. Wirklich Eisenspitzhacke? Ja. Weil, aber ich könnte mir nen Bogen kaufen. Nein. Ah, kann nicht so oder so. Kauf mir nen Level 2 Bogen. Zu spät. Sind alle Sachen drin, gell? Jetzt brauchen wir noch Eisen, 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 Eisen. Wieso Level 2? Äh, Level 1. Warte, ich nicht mehr Gold hab. Johnny ist doch drin. Ja, ja, nur 4. So, jetzt Rüstung kaufe. Zack. Rüstung gekauft, ey. So. Okay, ich geh mal in Mitte. Klatschen, danke, gut gemacht. So. Hä, was? Hä, Leute? Ah, der hatte kein Bett mehr. Ja, der ist halt grad zwischert. Hä, ich hab jetzt... Äh, äh... Es geht so blau! Ja, er läuft halt bei denen. Die haben Spaß am Bauen. Der hatte zu viel Gold. Ich kaufe mir jetzt nen Level 2 Bogen und dann kaufe ich mir noch ein paar Rettungsplattformen. Ja, ja, hau rein. So. Mh... Sehr praktisch, wenn du alles in die Endergest fliegst, gell? Ja, ja. Haha, Spaß! Kann ich mir auch noch ein Level 2 Bogen... Obwohl... Hab keinen... Ich hab nichts mehr. Wie viel Rettungsplattform hast du? Zwei. Okay, läuft bei dir. So. So. Die Grünen, die fliegen, ne? Also Blau macht uns keine Probleme. Ja, ne, die anderen Teams. Ähm... Grüne ist schon tot. Schwarz... Kommt da grad irgendwie... Junge, was geht mit ihm? Haha, ja, ja, springt er schon selber. Kommt, auf schwarz gehen wir jetzt. Die holen wir uns. Unser... Unser Bett ist zwar gefährdet, aber... Pff... Juckt mich nicht. Von ihm. Ey, Leute, ich treffe mich nicht mehr. Oh, Bett ab. Halbes Herz. Ich muss reigen. So, healing, danke. Trost offen. Und ich baue Bett ab. Tschüss. Er will unser Bett abbauen. Die wollen unser Bett abbauen. Schaffen sie aber, glaub nicht. ist auf Speed. Gut gemacht. Alle tot? No, ich hab nur einen gekillt und hab gleich beide mitgenommen. So. Ähm... Ich geh in die Mitte und hol' Gold. Dann hauen wir uns mit einer Perle rüber, oder? Ja, ja. Alter, das wird eine schnelle Runde. Zehn Minuten haben wir jetzt drauf. Ja, läuft halt, ne? Ja, läuft halt, ne? Ein Team wird aber noch... Ach, leck, ey. So ne Scheiße. 13 Gold hab' ich. Ähm... Ich kauf mal ein paar... Theoretisch könnten wir uns auch rüberstecken, denn die sehen ja nicht, wo wir sind. Die haben auch keinen Bogen oder so. Und dann werfen wir einfach eine Enderperle rüber. Ja, theoretisch schon. Ähm... Ähm... Enderperle, wo sind die? Wie viel kostet die Enderperle? 13 Gold, ich hab' 14. So gut. Da hast... Kaufen wir nochmal... Healing Potion. Stackst du dich rüber? Warum? Ich werfe mich auch rüber. Ja... Wir müssen uns ein bisschen weiter hoch stacken. Komm. Ja, mach schon mal so ein bisschen weiter hoch stacken. Ja, warte, ich hab... LOL. Ist gestorben. Hä? So, ich hab' jetzt Enderperle. Ja, steck dich hoch, so wie ich. Ja, ja. Du musst noch Enderperle schnell kaufen. Lalalala. Ja, von da kriegen wir... Da kommen wir locker rein. Ja, gut. Noch ein bisschen... Plackere kaufe hier. Wenn die einen Bogen haben, sind sie Hacker, gell? Ja, ja. Die können nix bürgen erben. Herr lol. Ja, noch wir beide leben. Ja, ja. Und die Gegner. Die haben das noch gar nicht bemerkt. Bist du drüben? Ne, ich bin über dir. Sollen wir? Meine. Meine ist drüben. Die haben Eisendröcke gesetzt. Einer ist down. Wir wollen. GG. Aber ich soll das sagen. Das war's jetzt von dieser Runde. Also mein Zugfahrt hat lasst eine positive Bewertung da aus der Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Ett tack! Dann schickam auf der Haut auf die Haut. Es mal deja einem